Und damit recht herzlich willkommen bei Battlefield 4 Multiplayer. Heute spielen wir mal Team Deathmatch. Ich hoffe nur nicht, dass das 60 Minuten dauert. Ich habe noch nie Team Deathmatch gespielt, deswegen überlege ich gerade, wie lange die Runde wohl gehen wird. Ich gehe mal lieber hier rein. Hallo? Hallo? Oh. Hilfe bei Kill habe ich ja geleistet. Oh. Mann. Ich habe mir schon wieder gefällt, was ist denn jetzt los? Ach, Mann. Nein, nein, nein. Nein, stimmt schon so. Ach, Mauer, hallo. Hab dich gar nicht kommen sehen. Das Mikrofon ist mir gerade ein wenig dezent im Weg. Mist. Ich will sowieso sterben, weil ich dem hinterher renne. Schuss. Ich habe mir ja richtig schön viel Zeit gelassen. Und hinten runter springen. Ui. Düb, 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 dü-tyb, 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 dü-tyb-tyb, dü-ty-tyb, dü-ty-tyb, dü repet. Gegner, allATIONS' gehen und sterben. Auf in den Tod. Auf in den Tod. Auf in den Tod. Rennne ich jetzt rein. Hollari, holla, holla. Ähm. Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll am besten Rechts kommen zwei Soll ich mal Arschloch spielen? Oh, ich habe sogar die Scheiße überlebt Das Selbstmordkommando, was ich mir hier gerade geleistet habe Normalerweise hätte ich das nicht überleben dürfen Ach Mord Tut mir heute alles weh Irgendwie bin ich heute extrem verkrampft Also vom Körperposition her Der ist tot Und da ist einer Wo ist denn der? Der ist oben So Ich bin immer überlegen, ob ich überhaupt was ich machen soll Soll ich schießen oder Messern? Aber Messern habe ich immer Angst, dass gekontert wird Weil ich habe ein Talent dazu ausgekontert zu werden Gehen wir mal hier rein Gibt es hier einen Ausgang? Da gibt es einen Ausgang Grosengegner, ich suche euch Oh ja, Mann Oh ja, Mann Der ist tot, der hier drin war Was soll man passieren, bin ich denn noch Weit hinten Aber sowas von weit hinten Oh, hallo Ich habe doch eigentlich den Fallschirm aufgemacht Aber, naja Das Spiel hat Nein gesagt Hier ist einer tot Weg neben mir Keine Munition mehr Scheiße Da habe ich gar nicht drauf geachtet Mist Gesundheit 1 Ich hätte nur einen Schuss ihn treffen müssen Dann wäre er tot gewesen Aber Der nette Herr hat gemeint Er müsste Keine Munition mehr haben Mist Ich Idiot Hätte ich mal drauf achten müssen Ob ich Munition noch bei mir habe Oh Ich möchte gerne in dieses Haus Oh 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 Kill I'm killing you Juhu Unten ist einer verreckt Schlechtes Zeichen Ganz schlechtes Zeichen So Der wäre auch ledig Aua 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 Noch ein Treffer Ich bin hin Noch ein Treffer Und ich bin hin Noch ein Treffer Und ich bin hin Einmal soll ich bin hin Aber ich bin nicht hin Ich bin noch nicht hin Hört Nur wie ich sing Ich bin noch nicht hin Ja Arturo Vidal 32 Interessant Ich habe gerade gedacht Oh Oh liegt ja noch so ich habe angenommen gut ich habe schon gleich jetzt verhauen ich gedrückt habe und da steht ja kreis annehmen oder war ich annehmen hauptsache ich bin wieder da ziemlich weit unten aber naja ich habe meinen spaß okay ganz ehrlich was hat der gemacht der hat ja wirklich auf nach unten auf dem boden gefeuert ich verstehe nicht wieso der das gemacht hat der scharfschütze der da oben war ist tot das ist jetzt immer hier ist einer drin das ist ihr stark danach an hallo wir sehen was ist denn hier zur hölle los ich habe gleich keine munition mehr muss ich im auge behalten die munition da hat er überlebt ich bin nach der welt gestorben gerade hinter mir wird gefeuert wo ist der musik mist da waren zwei den linken habe ich zu spät gesehen ich habe auf den rechten gezielt wieso verliere ich denn immer die fällt upgrades wie gut habe ich denn zehn zu drei kann ich mit leben also team das match liegt mir eher gut zu wissen spiel ich arschloch ja das ist arschloch spielen dieser tue wie geil gut zu wissen da habe ich jetzt gerade gar nicht mal drauf geachtet wie steht es eigentlich auch wir haben gleich gewonnen wiedersehen ach das war der der mich eben gekillt hat wo ich auf die zwei zugelaufen bin oh granate macht boom mist wir haben alle mehr punkte als die da drüben so gut wie gleich ist es durch die runde wir haben einen Wuhu-wo-wo-wo-wo. Wuhu-wo-wo-wo. Hm. Wuhu-wo-wo. Wo ist denn noch einer? Ich glaube hier rechts ist einer Oder hinter mir Jetzt habe ich auf die Füße gezielt Scheiße Aber ich führe noch gegen den Idioten Kill als Hilfe Irgendeiner wird einen wohl erledigen Ohne, dass ich noch mal sterben muss, oder? Oh, gewonnen 100 Kills muss man erreichen, gut Yeah, wir haben gewonnen Da hilft ja einer Ist das cool Wie cool Wie viel Punkt habe ich ihn gut gemacht? 3.400 Punkte habe ich gemacht Platz 4 Ich bin damit zufrieden Ja, das war es dann mit der heutigen Folge Bitte viel zu viel Ich hoffe es hat euch gefallen Mir hat ziemlich viel Spaß gemacht die Runde Wir hören uns beim nächsten Mal Macht's gut, euer Heinzelmann Ciao Ciao